Es ist ein schöner Tag, den wir haben. Da ist die Mitte. Wir spielen heute noch mal Bad Wars, falls es nicht reicht, ein bisschen Rage Mode. Das finde ich immer ganz nice, weil es da halt ein bisschen um Bow geht. Und wie der ein oder andere weiß, shoot ich ganz gerne mit dem Bow in meiner Hood. Und ja, das sehen wir jetzt mal, wie lang die Runde geht. Wer es gesehen hat, ich habe ein bisschen was am Skin gemacht. Ich habe einfach gedacht, komm, ist wieder Zeit, ein bisschen was ausgefallenes zu machen. Ja, das habe ich ja ganz gut geschafft. Ich muss nur noch die Haare unten drunter wegmachen von meinem alten Skin. Weil jetzt habe ich ja mehr oder weniger 3D Haare. Und unten drunter sind halt praktisch noch meine alten Haare. Deswegen ist es jetzt ein bisschen ungünstig. Aber das sollte kein so großes Problem sein. So, jetzt schnappen wir uns den seinen Weg einfach gleich. Nachdem wir uns natürlich ganz klassisch so da rüber bauen. Jawohl, nice. Und jetzt sein Bett müsste weg sein. Ist aber noch nicht ganz so safe jetzt in der Tash, dieses Ding. Was mache ich hier? Ist mein Bett weg schon? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Sehr gut. Ja, dann nehme ich mal noch sein Eis mit. Und dann snacken wir den mal weg. Hä? Hä? Ist der, warum rennt er nicht zu mir? So, das schreibe ich immer ganz gern, weil das sieht er ja eigentlich. Hätte er mich runtergeschlagen? Hätte ich es noch nicht mal übel genommen. Weil, das war dumm gemacht von mir. Aber, das mit dem Bett war schlau. Das liebe ich auf der Map einfach. Weil es einfach so schnell geht, wenn man halbwegs aufpasst. Ach komm, ich hole mir noch ne Fuhre. Ne Fuhre. Ne Fuhre. So. Na ja, zack, 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 zack. Ne, ist eigentlich egal. Brauchen wir hier gleich was zu essen? Jawohl, nice. So soll das gehen. Ich liebe die mir einfach. Die ist einfach, ist mir am sympathischen. Ein, nur am sympathischen. Einfach am sympathischen. Weil es einfach irgendwie trotzdem mehr Platz ist. Die einen sind immer so gequetscht. Und dann, weißt du, da hast du einen Nachbarn, der dir dann auf die Eier geht, den ganzen Tag. Und oooh. Und hier siehst du alles. Und du kannst agieren, wie du willst. Ich sag ja, ich bin da, wenn ich das spiele, immer ein bisschen ein Freund von Taktik. Auch wenn ich das nicht kann. Taktik? Sagt du jetzt? Erstmal lieber ein Tiktak, Alter. Wat? Hehehe. Ich fühl mich nicht ganz so wohl in meiner Haut grad. Ne, das machen wir mal so. So, zack. Und dann noch, hallo. Ich finde den Pacture Pack einfach, die, die sound so geil. Und das gefällt mir auch von den Blöcken her. Die Schwerte sind fast schon ein bisschen zu spacig. Aber es ist alles so ziemlich HD gemacht. Guck, die Haare da oben sieht ihr das. Bei der Stirn, über den Augen, da unten drin, da ist noch so eine Schicht Haar. Haarpracht. Viel noch wegmachen. Ähm, joa, ansonsten. Geht's uns eigentlich relativ gut. Und ich seh grad, ich muss vielleicht ein bisschen das Mikro ein bisschen... Ja, ist jetzt egal, mach ich halt nachher noch ein bisschen lauter. Hehehe. Gut, ich hab grad auf der Totspur rumge... Ah ja, deswegen hab ich jetzt ein bisschen rumgeschrien. Dass ich sehe, ob das laut genug ist. So. Ach, weißt du was? Da scheiß ich doch drauf, Mann! So. Hallo? Nehmen wir das mit. Das einmal hier hin. Jetzt rusht einer durch. Bis auf. Nehmen wir noch die mit, weil's uns so gut geht. Uns wird's echt grad relativ gut für die erste Runde. Soll ich öfters machen? Dann scheißt du aufs Einspielen oder sonstiges. Weißt du? Dann machst du dich verrückt. Und letztendlich... Ist eh egal. Ich glaub ich bin extrem gut in dem Spiel, oder? Von jetzt muss ich sagen. So, Jungs. So. So busy, got it for the... It's your turn, man. Oh. I need a Rüstung. Rüstung, Rüstung is what I need. Hey, hey. Hi-hoo. Alter, das hat mich so abgefuckt, dieses Hallo. Als ich ähm... Weil ich gestern mit einem Kollegen gespielt habe, ne? Äh, was ist denn bei dir? Du skypest doch, ne? Und er so, nein, ich skype nicht. Äh, das kann... Und dann so, jetzt kannst du doch gar nicht hören, dass die bei mir unten labern, weil es im Wohnzimmer ist. Und ich so, was? Ich so, ne, aber ich hör doch die ganze Zeit irgendwas. Bist du skypen? Nein, der Essen ist gar nicht so eine Verarschung. Und nein. Wenn ich dann rausgefunden habe, dass das die Villager sind, Alter. Das ist richtig... Richtig wietartig. Wie man so sagt. Im Sprachgebrauch. Guck mal, da war einer witzig. Oh, ich baue den Weg ab. Oh Gott. Und... Jo. Jo, Hungs. Was ist denn da los, Alter? Die machen gar nichts. Normalerweise steht da immer so ein Abpack. Das ist auch das Geile bei der Map, weißt du? Die ist zu langweilig, um da zu stehen und jemanden wegzusniben. Denn da würden ja die ganzen Profis, sag ich jetzt mal, was die keine Profis sind, die würden ja niemals jemanden treffen von da, weißt du? Der Ambus als Auspuff ist auch... Äh, als Auspuff als... Ja, Schloth ist auch sehr... Oder Schornstein weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen... Ding war. Ein bisschen umgangssprachlich. Ich denke, jeder weiß, was... Ne, Auspuff ist ja nicht, ne. Ja, das ist kein Auspuff hier wahrscheinlich. Hä? Der von Rot ist auch schon weg? Blau? Lebt noch einer? Okay... Alter Schwede! Ich wär' gequittet, hätt' ich den getroffen. All this time I've been spending the light, when I was a kid inside, inside. Hallo? Ich bin zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht. Ey, ey. Na klar. Das mach ich nicht mehr. Den Fehler mach ich nicht mehr. Es ist mir jetzt auch egal, weil... Es interessiert ja anscheinend eh keinen, was ich hier mach. Das ist doch nicht wahr! Was? Es ist so klar. Alter! Das ist ein Fuchs, Alter! War gut gemacht, muss ich sagen. Ich hab's gesehen, aber zu spät. Und jetzt... Hä? Rackt. Ja, endlich! Ich dachte schon... Irgendwas passt hier gar nicht, ey. Ich bin richtig faul. Also nicht faul. Es ist richtig faul irgendwie grad. Ganz komisch. Das war der von Schwarz? Der hat noch ein Bett und macht nichts? Der macht... Warum lauf ich nicht durch? Ich dachte, das war der Blaue. Ja, jetzt muss ich da schnell wieder hin. Den anderen juckt das überhaupt nicht. Das ist auch nice. It's a nice day! Das find ich aber geil, was die sagen, so. Denn du hast recht, Herr Villager. Wir haben ein paar 30 Grad. Die Sonne scheint. Nice. Nicer. Nicer. Diese Fallen, ne? Die kannst du in der Zeit nicht ausweichen, weil die einfach so ne Scheiß... Wie soll man sagen? Ja, Heatbox ist übertrieben. Das ist mir jetzt auch egal. Machen wir erstmal so. Der Rest erledigt sich eigentlich automatisch. Möchte ich meinen, oder? Was sagt ihr dazu, Jungs? Ach, Junge! Ihr rennt doch nicht nur weg! Oh Gott! Er hat nichts mit dem Eisen gemacht, außer Traps gebaut. Muss extrem aufpassen, denn der hat hundertprozentig noch ein paar platziert. Da vorne, ne? Ne. Da fehlt nur ein Block. Gut, äh... Ich muss trotzdem mal ein bisschen lauter machen jetzt grad. Na, das war zu laut. Ein bisschen so. Ja. Nein, das ist zu laut. So. Es ist gut so. Hallo, 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 hallo. Okay, ist gut. Jetzt soll mich vielleicht aufs Spiel konzentrieren, dich aber nachher. No, klar. Jo. Er übertreibt wieder direkt. Warum schlägt er mich denn nicht runter? Ich mein... Jawoll! GG! Plus... 100... nicer, nicer! Warum... nicht... äh... mit... Ja, keine Ahnung. Ich spür's jetzt einfach mal so. Willst du den Clan rein? Ich will den keinen Clan. Hä? Warum soll ich jetzt den Clan rein? Alter, meine Verbindung! Naja. Ich hoffe, das kann ich hochladen. Das Video, ich hatte die letzten Tage... Upload-Probleme des Todes. Kabel Deutschland hat einfach... erst mal komplett Leitung dicht gemacht fast. Also da war... Upload-Rate, weiß ich nicht, vier oder sieben dann. Und... Also hat immer geschwankt von 32. Und äh... Download... Ne... Download war... Eigentlich 32. Nur 16, dann sieben und vier. Dann ist es immer weiter runter. Dann ist es nach 20 Minuten wieder hoch. Aber im Moment zeigt er mir immer noch 1,7 oder 1,9 Upload an. Von dann eigentlich vier. Und das ist halt schon ein bisschen kritisch da was hochzuladen. Ich hoffe aber, ich schaff's heute. Deswegen auch nur ein kurzes Video, dass ich... Hoffentlich auf jeden Fall dann hinkrieg hochzuladen. Wie soll es dann? Beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Und Formel 1 müsste am Wochenende kommen. Und wenn nicht kommt, halt... Ja, nach dem Wochenende bzw. am Sonderhoff ich das wieder aufnehmen zu können. Ich weiß nicht genau, wie es hier verläuft. Weil bei der Werder sollte man vielleicht auch nochmal irgendwie was machen. Weiß ich noch nicht, was so ansteht. Bis dahin, haut rein und tschüss! Tschüss!